Hier hat es meiner Mutter Lassgesicht, wie alt sie dann gestorben ist, und in die Wohnung rein, sah auf wie bei Tempel. Naja, komische Geräusche? Irgendwie nicht. Jetzt, räumen Sie ab. Wahnsinn. Bist du hier sicher, ich glaub? Es gab immer auch welche, die meinten. Aber es gab doch mal welche, die die heiße hat. Ich wusste, dass da noch was geht. Oha, komm, Fliegel! Oh, guck mal da! So was zieht aus? Das ist ja toll! Alkohol! Heute! Heute! Ich werde direkt bei der Stadt anrufen, da hat die uns eine Kehrmaschine. Ja, genau! Haben wir eine Kehrmaschine, bitte! Guck mal, da ist auch wieder so ein Flieger! Ich denke mal, da kommt eh nichts mehr, oder? Abfühl! Abfühl! Moment! 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 Was denn? Moment! Abfühl und Schlau haben wir noch. So! Das müsst ihr jetzt noch trinken! Ich auch nicht! Ich auch nicht! Ihr Männer! Ihr Männer, teilt euch die! Martina, du auch noch mal? Okay! 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 Oh, ja, der! Wie viel Alte war die Schlau- und 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 Schlau-. Eine Qualmwolke! Das kann man schon kaum mehr gut filmen, weil das ja näbelig ist. Ja, stimmt. Die haben da wahrscheinlich auch wieder vorgelegt. Osteuropäischen Feuerwerke warnt, ne? Ja! Ja, das haben wir. Ja! 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 Genau! Wupp! Ja! Mach ich den Motor mal aus! Ja! So, wir gehen rein, ne? Ja! Okay, ihr Lieben! Machen wir alles Gute? Ja! 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 Ja, mal schauen! Ja! 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 Aber sowas von! Muss da noch jemand rauspacken? Ein paar Pakete haben sie noch! Okay! Ja! 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 Drei, vier ungefähr haben wir noch. Das war doch irgendwie falsch, oder? Das war schon wieder. Das entscheidende ist ja, hört ihr noch irrscht, wie man den Kopf haben? Was meinst du, Thomas? Du bist immer der, ich bin der enttäuscht, wenn das nicht so ist dieses Jahr. Ich schieße auch alle fünf Minuten eine Rakete. Ja, eben. Ich kann fast föttern, das kann ja wohl nicht sein. Und, was hast du für uns noch, Thomas? Jetzt haben die sich jetzt zum Ziel gerissen. Die haben gesagt, so, egal. Wir haben nur fünf Raketen, aber wir machen länger als der. Die haben wir verwidrig. Die 20er-Fackung. Die letzte geht um zwei, das geht um 30. Das ist so gut. Genau. Wir machen gleich noch einen. Komm, ich fahre mal, oder? Ich kann nicht. Dann kommen wir mal, oder? Ja... Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hab zwölf gezündet und dann ist unser letztes. War das euer letztes, Thomas? Jetzt kommt Finale. Okay. Noch ist Leben in meinen Zehen. Bei mir auch. Alles ist gut. Ich bin da ganz entspannt. Ich gehe mal auf die Straße. Aber ich glaube, jetzt gehe ich wieder. Guck mal, da kommt so eine Geburtstagstorte. Ach, lieber Himmel. Das wäre es jetzt, ein brennender Geburtstagskuchen. Ja, mal vorschlagen, nächstes Jahr. Äh, hopp. Ja, jetzt geht's los. Ja, war ja klar. Thomas, macht die Musik an? Thomas, nächstes Jahr ein brennender Geburtstagskuchen. Vermutlich. Das war meine Idee. Ja. Ich kriege ja von China-Büller-Nudelsalat. China-Büller-Nudelsalat. Der war gut. Der war der Salat eigentlich gar nicht. Der fängt langsam an. Der erwartet noch. Der war gut. Stefan, zweite Zündstuhl läuft. Echt? Verrückt, ne? War das alles, Thomaser? Die wütend ist nicht then. Woops. Wo wurde das? Beifall! Wow. Pfff! Freu ist Reu jetzt! Kommt am Ball! Gut, gut, ja, gut.